Logbuch Eintrag Nummer 29, Captain Kirkbeard am Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Unser Außenteam ist auf dem Weg in ein weiteres Piratenlager, um dort die Arbeitstiere der Höhlenbewohner zu retten. Ohne diese Tiere sind wir nicht in der Lage, unser Schiff aus dem Sumpf zu ziehen. Nach dem, was wir wissen, liegt ein gefährlicher Weg aus Sumpf, verlassenen Fischerdörfern und einem Tal voll mit Wasser vor ihnen. Wir warten hier und hoffen das Beste für sie. Wir sind Zwerge, wir werden den schon einheizen. Ja, das hoffe ich mal. Also, wir können theoretisch den 1 verpassen. Äh, nein, du versinkst nicht weiter im Sumpf. Sondern ich versuche, die irgendwie wegzuschießen. Oh. Äh, Smash Fist. Machst mal nix. Forcer, machst... ...auch mal nix. Und das übernimmt bitte der Shadow. So. Der ist nämlich wirklich am besten dafür geeignet. Jetzt alle drei da rüber, bitte. So kommen wir noch an die 20 nutzlosen Energie ran. Aber hey. Besser als nichts. Und wir haben alles gefunden hier in dem Gebiet. Sehr schön. So, Game is saved. Jetzt wird's wieder lustiger. Ah. Hier ist ein Sludge Warrior. Und der ist gastig. Und da ist mein. Hm. Gut. 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 Äh, kann ich auf die schießen? Theoretisch könnte ich auf die schießen. Äh, ich kann die aber jetzt mal eine ordentliche verpassen. Dachte ich zumindest. Ähm. Nein, nein. Habe ich ihn jetzt irgendwie vertrieben? Nein, er kommt wieder. Du belebt ihn wieder. Äh. Und du? Raus aus dem Sumpf. Au. Zeig ihm mal, was du drauf hast. So. Du deaktivier deine Sphäre mal, dass die sich wieder aufladen kann. Okay, ich hoffe, das war der einzige von der Sorte. Die nerven nämlich tierisch. So, ich will da rüber. Hm. So. Die Deckung ist zu weit weg, hä? Oh, 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 oh. Absoffen. Okay. So, einmal hier hin, bitte. Ihr beide guckt, dass ihr da rüberkommt. Den direkt, äh, den etwas direkteren Weg nehmt. So. Und du jetzt da rüber, so. So ein Sludge-Warrior ist doch schon ein mieser Boss, ey. Wobei ich echt froh bin, dass wir an der Sludge-Queen vorbei sind. Und ich merke gerade, dass da ist gar kein Heilkristall. Das da ist ein Heilkristall. So. 20 Energie. So, und dann gucken wir mal. Forza hat gerade nichts. Forza bräuchte nur noch 6. Shadow hat jetzt 3. Also gebe ich ihm mal die erste Stufe Shadow Blade. Die ist nachher, vor allem im Piratenlager, richtig nützlich. Inner Shadow. Das könnte auch noch wirklich nützlich sein. Smash Fist hat auch einen Punkt. Also wie viel braucht der eigentlich noch? 2, 4, 6. 10. Ja. Rav. Battlecrag knocks back enemies. While Smash Fist is in stone form. Ram Ability wäre auch nicht schlecht. Fire Fury. Das ist nicht schlecht für Nahkampf. Wenn der Smash Fist Feuerschaden an Nahkampfgegnern macht. Während er in der Fireform ist. Ja. Gut. Damit wird das auch abgeschlossen. Wow. Wir haben sogar das ganze Level geschafft. Juhu. On the Shores. Jeder Schritt durch diesen Sumpf lässt ihn mich mehr und mehr hassen. Smash Fist. Ja. Weil er hier seine Manöver nicht richtig benutzen kann. Jo. Da steht gerade was über Caves. Half Dead. Und Pausen Combo. Das kennen wir als. Now we need to find the boat graveyard somewhere near the shoreline. Okay. Crabs. Viele Crabs. Anna. Ah, Würmer. Wenigstens sind meine. Ähm. Das sind viele Krabben. Na ja. Mit vielen Krabben komme ich klar. Eigentlich. So. So. Ähm. Gib mir meine Granate. So. Das knockt sie nämlich um. Und umgenockt lassen sie sich definitiv leichter töten. Und umgenockt. Das sind wirklich viele. Ähm. Noxie. Noch mal rum. Oh, du. Raus aus dem Sumpf. Und zwar schnell. So. So. Ich verpasse den Ball einen Energieschuss. Du bist schon wieder im Sumpf. Okay. Am besten halten wir mal den Smash Fist zurück. So. Da drüben würde ich schon irgendwie gerne hinkommen. Dich würde ich auch gerne irgendwie ausschalten. Kommst du mit oder ohne Freunden? Das hat mich jetzt gewurmt. So. Keine Gefangenen. Hm. Äh, ja. Wurm-Area. Das ist klar. Autsch. Dann bringe ich dich mal ganz vorsichtig durch die Wurm-Area durch. Hm, 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 hm. So. Jetzt da hoch. Wow. Da hinten sehe ich Gegner. Ich sehe hier jede Menge Eier. Äh. Ich habe mich jetzt gerade in irgendein Gebiet geportet, in das ich nicht gehöre. Äh. Hasch mal. So. Oh, das war schlecht. Ich habe nämlich jetzt gerade den gesamten Schwarm alarmiert. Gut. Also ja, ich kann Hush benutzen, um da durchzukommen. Ich kann aber Hush nicht benutzen, um da was zu töten. Ah. Ist aber okay, ist okay. Mit sowas kann ich arbeiten. So. Ja. Oder ich laufe ganz vorsichtig und leise erst mal. Und erst wenn ich im Hörbereich bin, so wie jetzt, schalte ich an. Oh, da hinten, das sieht nach einem großen Fragment aus. Ja, das ist auch ein hunderter Fragment. Also wird das wahrscheinlich früh mal so ein grünes Fragment gewesen sein, so ein Hearthstone. Au. Die habe ich irgendwie übersehen, aber da sind noch mehr. Sind die jetzt gerade erst aufgetaucht? Oder hatte ich jetzt einfach gerade vorhin nur großes Glück? So, schnell raus hier. Gut. Ich bin aber neugierig, was in der Richtung noch ist. Deswegen hasche ich mal vorsichtig hier vorbei. Gucke mich hier noch um. Äh. Ja, hier ist noch was versteckt. Ah, sehr schön. Gut. Aber. Abschluss, Logbuch, Eintrag Nummer 29, Captain Kirkbeard. Laut unserem Außenteam ist es ihnen gelungen, den ersten Teil des Sumpfes zu durchqueren. Sie halten jetzt Ausschau nach dem verlassenen Fischerdorf. So wie es aussieht, da streckt sich der Sumpf sehr lange. Und unser Außenteam ist es langsam leid, dorthin durchzuwarten. Wir können leider auch nichts machen, als hier sitzen und zuzusehen, wie das Sumpfwasser an unserem Schiff entlangläuft. Hoffen wir einfach, dass wir schnell hier rauskommen. Kirkbeard. Ende.